Ihr denkt wohl, mit mir könnt ihr das machen, was? Da habt ihr verdammt nochmal recht. Hey, nein, Moment. Okay, das letzte streichen wir jetzt, aber... Könnt ihr da raufschießen, bitte? Könnt ihr mal... Bitte... Könnt bitte nochmal einer raufschießen? Na also, so, Rückzug. Dreifelt jetzt mal dahin. Und was wollt ihr noch machen? Ah ja, richtig, ich wollte einen neuen Commander entwerfen. Einen Commander? Commander mit Ketten, äh... Na, ich könnt mal da draufklicken. Wow, 8000! Ist das ein großer Unterschied zu Tiger mit... Halbketten? Pff, nicht wirklich, nur... Nein! Nur irgendwie die paar Tausend mehr. Oh Gott. Wo schießt ihr denn jetzt hin? Das ist ja schön, wie ihr schießt. Gefällt mir. Langsam wird's doch, hä? Langsam wird's... Oh Gott, das sind auch Verteidigungstürme. Haben die irgendwo auch keine Verteidigung stehen? Was sind das für eine Türme? Die schießen ja gar nicht zurück. Die gefallen mir. So, jetzt schauen wir mal, ob wir die richtigen Commanders finden. So, aber noch zwei. Oh Gott, es ist ein Gewusel. Oh Mann. So, das sind zwei. Jetzt nochmal zwei. Und dann noch die letzten. Oh, geht genau auf. Nein, es ist einer zu viel. Egal. Und, äh... Der da? Ja, geil. Wir fahren schön weiter oben lang. Wenn man denn da durchkommt, vielleicht. Oh Gott. Boah, warum müssen da überall so scheiß Berge sein? Ist doch nicht schön. So, ihr baut doch gleich mal wegen Reparatur. Aber das Ganze nicht so lange dauert dann hier wieder her. Von wegen, wir müssen jetzt wieder zurück in die Mainbase fahren. Konstruktion abgeschlossen. Moment. Ihr stellt um. Okay, Angriff. Nicht abhauen, ihr Feigenschweine. Jetzt steht der Commander ganz vorne und die drehen halt nicht um. Nein, sie drehen nicht um. Was ist denn das für eine Scheiße? Und was macht zur Hölle meine Artillerie? Fahrt halt bitte weg. Hallo. Willst du wieder jetzt mal wegfahren? Oh, es ist einfach nicht wahr. Super, egal. Wenn du das einstellen, ist es immer scheiße. Forschung abgeschlossen. Kann ich noch mehr forschen? Hochdeck, Tulipalpanzerung. Ja, was auch immer nehme ich. Herrlich. Herrlich. Mallory steht irgendwie nur da oben und macht gar nichts. Kann das sein, oder? Boah, fahr da endlich mal da. Hallo. So, dahinter jetzt. Hierhin, komm. Boah, echt. Es ist doch einfach nicht wahr. Und da brauchen wir noch Luft, da wir hin. So, was haben wir denn verloren? Oh, geil. Neun Einheiten, aber wir haben doch gar nichts gemacht, irgendwie. Okay, wir brauchen noch acht, ne? Naja. Ne, Moment. Doch, acht. Habe ich acht. Ich habe acht. Okay, schick los. Und als nächstes baue ich Commanders um. Ich baue jetzt erstmal mein Commanders um, weil... Die halten ja ewig nix aus und... Oh Gott. Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Bis zum Kotzen, echt. Es ist einfach... Oh, jetzt muss ich ja noch warten, bis... Konstruktion abgeschlossen. Wart mal weg. Tut mir mal den Gefallen da. Irgendwie weiß Zeit im, egal wohin. Gruppe 3, meldet. So, was macht 3 so? Ihr seid fertig mit was auch immer ihr gemacht habt. Ach ja, ihr habt Flack gebaut. So, sind alle meine Commanders weg? Gut, jetzt kann ich... Oh, die brechen wir gleich wieder mal ab. Ich bin wieder einen schönen Hero als Commander. So, ihr quetscht euch jetzt mal dann auf. Damit 3 mal hier vorbeifahren kann. Muss ich irgendwo weiter fahren. Verstärkungen sind eingetroffen. Wieso baue ich überhaupt immer... ...drei Stücke in einem? So, schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwo einen Sensorturm aufbauen können. Einen Sensorturm? Ne, CB-Turm brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Sensorturm. Keine Artillerie, die irgendwie auf mich schießt, ne? Komisch. Verdächtig, verdächtig. So. Äh, wo stelle ich euch jetzt hin? Ich stelle euch erst mal da hin. Werde ihr fertig bald mal? So, einer ist schon fertig. Zero. Ist einer von euch Hero? Nein, dann... Sollen die Commanders jetzt alle Hero sein? Hatte ich eben gesagt, guck... ... ... Sensorturm für'n Arsch. Mache ich irgendwas falsch beim Bauen? Wahrscheinlich. Sonst würde es ja irgendwie was bringen. Jawohl, sind alle... ... ... Hau ab, haut ab! Oh, man. Schießt mal Adlerie auch mal da rauf oder so? Nein, ne? Mache ich irgendwas falsch? Irgendwas mache ich wieder falsch. Wesse ich was schon jetzt. Scheißegal. Pfff! Was zur Hölle? Gott, das ist aber auch eine Verteidigungsstellung da. Ich muss bloß da oben neidern. Dann wäre das schon fast vorbei wieder. Oh, wo bleiben denn meine Commanders? Kotzt mich an. Ich brauche bald wieder neue LKWs. Wie geil. Was? Baufahrzeug machen sie kaputt, ja. Baufahrzeug, ja. Baufahrzeug, genau. Wo ist der Marmuth-Panzer? Verstärkungen sind eingetroffen. Gibt's nicht. Was ist das für billige Command-I-Conquer-Klon hier da, technisch, ne? Hallo. So. Forschung abgeschlossen. Und... Wie gerufen kommt die Forschung abgeschlossen? Was halten wir Einheiten denn jetzt aus? Ach, nur 9246? Pfff! Das ist überhaupt kein Unterschied zu vorher. Boah, warum halten Commander so viel mehr aus? Ist ja abartig. So, jetzt werden wir einfach mal ganz viel aus. Oh mein Gott. Jetzt fahren die alle wieder da runter, ne? Ach, scheiße. Als ob's nicht schwer genug gewesen wäre, die da raufzukriegen. Oh Gott. Oh Gott. Äh, kann ich noch mehr forschen? Ah ja, Thermal-Panzerung für Cybox, weil ich so viel Cybox hab. Lohnt sich das jetzt mal total für mich? Oh Gott. Nein, ich will... Das wollte ich jetzt nicht. Mach mal hier. So, du bist nicht zugewiesen, du auch nicht. Oh, du bist zugewiesen, du nicht. Du nicht, du auch nicht. So, wer von euch sitzt da? Da. Einer hat 22. Zweiter hat 22 und einer hat gar keine. Idee. Ich fahr jetzt einfach mal so rauf. Ha. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Weil ich's früher gar nicht konnte. Wir stalten noch schnell wieder um. Boah, ist das alles wieder zurückschalten, wenn man die recycelt? Noch was, was ich kritisieren musste. Ja, das ist scheiße. Das Spiel ist scheiße, ja. Ich hasse es, weil es so scheiße ist. Und die drehen einfach um, wenn sie nicht ins Sichtweite sind. Oder wie soll ich das jetzt verstehen hier? Die drehen halt echt einfach um, ne? Warum? Das gibt doch mal wieder überhaupt keinen Sinn. Das ist... Kein Wunder, dass ich so nicht gewinnen kann, wenn die ständig sich umdrehen. Ich kann einfach verpissen, die Feigenwechse. So, Recycling auf Funkart. So, extremes Recycling. Hopp, dreht wieder um. Dreht ihr wieder um? Hallo? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Was macht denn ihr? Boah, was soll der Scheiß? Fahrt davor. Ja, drehen sie einfach wieder um, verpissen sich was machen? Was soll denn der Scheiß? Da, sie drehen sie einfach um, verpissen sich wieder. Pfff. Hopp, macht platt jetzt. Keine Ahnung, warum ich dich immer wieder verpissen. Feigenwechse, oder? Macht man hier platt? Sollt euch nicht verpissen? Ihr sollt da herfahren. Was kaputt machen. Ich glaubst du, du kannst Sam fahren, oder was? Junge. Ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Okay, jetzt fahren alle wieder vor. Da ist es sowieso zur Blödzeit, alle dahinter zu fahren. Gott, ich werd den Krieg nie gewinnen. Und ich konnt noch nicht mal alle zuweisen. Weil ich keine Ahnung hab, wer da hier zugewiesen ist und wer nicht. Man kann die ja auch nicht alle einfach auswählen. Nein, das geht natürlich nicht. Oder irgendeinen Knopf Auto zuweisen, geht's auch nicht. Oh Mann, und das sichtlich, wer wer ist und wer hier wo zugehört, kann man natürlich auch nirgendwo sehen. Oh, herrlich. Und was ist mit euch? Ihr habt gar nichts zu tun jetzt, oder was? Stehen halt einfach nur rum, oder? Ich glaub's einfach nicht. Wundert sich doch jemand, dass ich so viele Einheiten verliere, ja. Das ist irgendwie klar, ne? Wenn irgendwie kein Schwein zugewiesen ist, warum auch immer. Oh, geil. Das wird jetzt nur noch eine... Ja, jetzt schießt man Adlerie wieder. Geile Sache. Glatsch dir doch gleich mal in die Hände. Nachher dann. Wenn ich sie frei hab. So. Einen hab ich noch. Boah, das ist ein Geficke hier mit den Einheiten, oh Gott. War das der Richtige? Was war der Richtige? Ich bin Gott, hä? Brauch ich keine neuen Einheiten oder so? Nein. Warum brauche ich keine neuen Einheiten? Bin ich bescheuert? Habe ich das heute nicht auch schon ein paar Drutzen mal gefragt? Nein, ob ich blöd... Ob ihr... Das wär's ja nicht mal mehr, was ich ständig gefragt hab, wo ich's ständig gefragt hab. Das ist doch nicht wahr. Da wird's hier bis zum Neuen kommen. Hier, speichern wir mal. Boah, das ist einfach nicht wahr. So. Jetzt fahren wir mal schön gemütlich den Pass lang. Oh Gott. Ich hab noch eine Einheit nicht zugewiesen. Boah, anhieb den Richtigen. Jetzt... Jetzt lege ich aber los, du. Na komm, fahr zu. Was ist für dein Geldverfeuer und Zeit und ach... Okay, es wird noch eine Aufnahme kommen. Das seh ich jetzt schon. Fahr zu. Geil, die haben noch irgendwo Artillerie, die ich nicht angreifen kann von da unten aus. Oh Gott, oh ne, dreht um. Ja, dreht um. Das hätte sonst keinen Sinn, wenn die dauernd umdrehen. Oh Gott, wo schießen die alle hin? So, Recycling auf Honkart. Primär werden meine Einheiten recycelt. Oh oh. Du dreht's gleich mal wieder um, Junge. Hallo, ich hab euch doch umgestellt. Die ignorieren meine Befehle einfach. Solche Wichsen. Hallo, wozu stelle ich euch überhaupt um? Pfff. Ich glaub's einfach nicht. Ich muss einfach meine Befehle ignorieren. going. Du ist schon mal befehlen.